Moin Leute, heute gibt es mal so einen kleinen Quickie von mir. Und zwar, heute hat mich Post erreicht vom Amir. Prima MC. Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Das ist ein Kumpel aus dem Harz, den kenne ich schon recht lange. Und ich verfolge ihn schon auf sämtlichen Kanälen seit Jahren. Und wir schreiben auch öfter mal. Und man muss das supporten unter Musikern. Und deswegen, Leute, zieht euch Prima MC rein. Der Typ hat es echt drauf. Und er ist kein Scheißrapper. Nicht so ein Mist, den es immer so gibt. Sondern er macht richtig geilen Flow. Und er hat es einfach drauf. Und das eigentlich schon immer. Ich weiß nicht, solange ich ihn kenne, macht er Hip-Hop. Und jetzt gibt es halt seine CDs. Also von seinem Label. Liebe meines Labels. Na, habe ich doch richtig gesagt. So, und hier habt ihr die wundervolle CD Story of My Life und Story of My Life 2. Das sind zwei EPs von einer CD. Supergeil, Limited Edition. Schlagt zu, schreibt ihn an. Ich werde die sozialen Medien verlinken. Das volle Programm. Zieht euch den Scheiß rein. Es ist einfach geil. Ich höre ihn wirklich gerne. Also. Macht das. Ciao.